Herzlich Willkommen zurück zu Comment and Conquer und wir gehen rein. Warte mal, das ist jetzt Mission 7, ne? Schau mal. Mission 7, das ist ja verrückt. Geil. Geil, geil, geil. Mhm. Nehmen wir alles ein. Das ging aber schnell. Ey, siebte Mission schon. Ich hab irgendwie das Gefühl, wir kommen wirklich, also irgendwann hab ich das wirklich mal durch. Select Territory. So, Gabun. Keine Ahnung, wo das ist. 1,1 Millionen. Okay. Okay, schreibt euch das auch. Perfekt. Mal sehen, was zu erzählen. Well, there's no stopping you, is there? Now, Cain wants you to destroy this village. It's the last front standing between him and his Tiberium operations. There are some civilians there, but they're sick and dying, so you should be able to handle them quite easily. And don't worry about any GDI forces. Intelligence tells me there are just a few scientists lurking about. Okay, 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 okay. Mal sehen, was das wird, wie, äh, äh, was das wieder wird. Okay, so, wir haben Ingenieure dabei. War's, äh, schon wieder einen deutschen Namen vergessen. Also, erstmal gucken, was die Karte uns zu bieten hat. Wahrscheinlich oben lang. Scheint mir fast so. Na, ich glaube, er ist jetzt ein bisschen sauer und versucht uns nämlich zu manipulieren. Ah, schauen wir mal. Okay. Soll ich jetzt schon das Dorf kaputt machen? Ja, kommen alle drauf da. So. Schön zivilisten Metzeln. Okay, hier geht's auf jeden Fall über die Brücke. Man könnte ja gleich gehen. Kann ich eigentlich die Dinger übernehmen? Nö. Habe ich meine eigene Hütte. Das haben wir nie. Okay. Das war nur ein bisschen ein Kunden. Oh, gucke mal, das sieht jetzt aber nicht so freundlich aus. Okay. Gehen wir hier. Ja, komm, haut drauf. Ist schon, ne? Ah, ich hab mich selbst verbrannt. Dachte halt, oh, alles easy. Aber, naja, nicht alles easy. So, das war schon mal der erste Wissenschaftler, wie angekündigt. Okay. Ich meine, das Dorf kann mir ja erstmal egal sein. Ja, innen wichtig, raus. Ja. Ich kann das vorher noch nicht so enden, ist mir aufgefallen. Komm, haut den doch mal weg. Jo, ist denn hier los? Die kriegen den einfach nicht weg. Ähm, okay. Hast du Bock auf den zu gehen, zumindest? Ande, bleib mal. Was für hier? Nachschub oder was? Komm, haut doch einfach mal auf den hier auf. Was für ne Base? Wollt ihr denn von mir? Hä? Okay. Our Base is under attack. Haut den verdammte Kacke noch mal. Wollt ihr mich verarschen? Also, ich meine, das ergibt halt wirklich keinen Sinn. Du hast einfach mal fünf Basuka-Typen, die auf eine verdammte Bodeneinheit schießen. Das ergibt einfach gar keinen Sinn. Ja, hab ich auch keine Kohle für, das war's. Es ergibt einfach so null, kann man nie Sinn. Und er hat halt auch keinen Bock, ne, anzugreifen. Der ist halt vollkommen raus. Ja, geht gar nicht. Der ist sogar... Hast du ja mal in... Okay. Ah, und die Panzer könnten... Aber gut, ich kann neu laden, ne? Schade. Marmelade. Okay, aber runter müssen wir anscheinend wirklich. Ähm, warte mal. Ne, 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 ne. So, wo sind unsere Feuer-Typis? Ah, die hier. Ja, gut, die lassen wir am besten mal komplett weg. Niemand interessiert sich für euch. Okay, sehr schön. So. So, die beiden Ingenieuren, die packe ich da hinter. Ah. Kann ich jetzt hier schon nachgucken? Ne. Irgendwie, also, es sieht irgendwie nicht so aus. So, warte mal. Das ist... Okay. Jo. Sollte erst mal passen. Mhm. Panzer am besten vorwärts. Ah, lass mal durch. Genau. Sehr gut. Jetzt hat die Fraa... Ne. Komm, wir greifen das Dorf mal noch nicht an. Gehen wir einfach mal direkt durch. Wert hier erstmal speichern. Glaub ich ganz clever hier noch nicht anzugreifen, ja, sonst kommt gleich GDI. Denke ich fast. Gleich könntest du aber auch die Leute clever positionieren und, äh, die Wellen dann abwarten. Wäre vielleicht auch gar nicht so lämlich. Hier war noch irgendwo ein Panzer, ne? Da ist er doch. Ich glaube, wir haben da noch ein paar Feuerteufe dabei. Ich könnte kotzen, wenn das einfach nicht klappt. Ich glaube, wir haben da noch ein paar Feuerteufe. Okay. Wollen wir mal sehen, ob sie den tot bekommen. Ich, äh, schätze nicht, aber wir versuchen es. Okay. Okay, er ist unter attack. Ja, ist okay. Ja, stimmt, da war ja wieder das Ding. Ähm, ja, kannst du vergessen, ne? Also, so viele Leute gegen einen... Was wir jetzt machen, ne? Dann kriegen sie halt nicht tot. Ist halt Chuck Norris. Chuck Norris ist halt unsterblich. Uh, okay. Ah, da los. Er ist tot, okay. Krass. Krass, krass. Musst er ja sagen. Ah, okay. Und damit steigt jetzt auch die Energie wieder. Hm, hm, hm. Okay. Und da macht er sein Ding. Und hier ist er immer noch kaputt. Das heißt, hier, humans lost. So, mit denen kann ich einnehmen. Ich hoffe aber nicht hier oben. Na, ich speichere einfach mal, oder? Aber vielleicht mal gucken. Also, für die Union zahle ich ja nicht zum losten. Okay. So, was machen wir da? Wir könnten natürlich Fahrzeugdinger bauen. Könnte erstmal auch eine Hand, einen Notz bauen. Oder ein Kommunikationscenter. Ich entscheide mich fürs Kommunikationscenter, ohne zu wissen, wie viele Feinde jetzt kommen werden. Aber wir schauen mal. Okay, der ist weg. Hm, hm, hm. Jetzt hat die Frage, ob Dorfzerstören ausgereicht hätte, aber ich glaube nicht. Was war denn das jetzt für eine Fahrdroute? Ah, ja. So, okay. Das ist gleich fertig. Das Ding ist, ich kann gleich auch noch keine Abwehrtürme bauen, was ich schade finde. Weil, damit habe ich mir gerne geholfen. Nein, diese kleinen Gehitzen, die waren ja so overpowered. Zumindest, wo du GDI gespielt hast. Geht ihr erstmal hier, ne? Steht der immer auch nicht im Weg? Ey, da hapert es jetzt an einem, oder was? Okay. Aber auch ziemlich begrenzt vom... Vielleicht hätte ich lieber... Na, wir gucken mal. Schauen wir mal. Das Ding ist, gegen Panzer ist halt die, sind... Aha. Ja, okay, wir gucken. Ich glaube, ich baue Fahrzeuge. Okay. Guck, guck. Schneller abbauen, oder? Ja, komm, ich baue das hier. Wird schon. Sieht hier aber auch nach einem relativ großen Bereich aus. Das Ding ist... Ah, hier komme ich nicht hoch. Das hat man schon mal nachgeguckt. Ähm... Könnt halt hier drin vorbei und hier mich dann durchschlängeln. Das ist halt die Frage, wenn ich hier alle einfach drauf schicke. Ich glaube, wir speichern mal. Ich will einfach mal gucken, was passiert. Und schicke die nämlich mal... Kann ich die hier noch schicken? Wir brauchen jetzt gleich auch was für die Power, oder was? Komm, geht einfach mal drauf. Komm, ihr schafft das. Äh, geht noch auf den hier. Bei... Ah, mal gucken. Gespeichert hatte ich hier jetzt nochmal. Mal schauen, mal schauen. Ah, die sollten mal einen Leiter mitnehmen, ey. Sind die Ingenieure? Okay. Ah, okay, da kommen auch noch die, ne? Okay, cool. Wo... Achso, die können ja nicht angreifen, ne? Na gut. Ähm... Kommst du bis dahin durch? Ist jetzt nicht so, dass du den einen... Ah, deswegen hätten wir die anderen vorgeschickt. Einfach nur... Damit die überleben und dann wäre... Auch fein gewesen, glaube ich. Hm. Mal sehen, wie weit die durchkommen. Denk mal, nicht weit. Die haben, glaube ich, noch weniger Leben als so'n Feuerteufel. Ah, okay. Jetzt, das könnte aber fast klappen. Die haben so'n bisschen Differenz, haben sie. Mal sehen, was dabei rauskommt. Mal sehen, was dabei rauskommt. Okay, ist ja okay. So. Nicht, dass er jetzt Truppen schicken durch den einen Angriff. Mal sehen. Ne. Erstmal an den noch tiefenentspannt. Okay. So, an den noch tiefenentspannt. Und dann warte ich, der liegt jetzt erst mal rein. Lohnt sich das hier? Na, ich weiß ja nicht, ob es oben noch Tbeium gibt. Soll ich das schnell mal nachgucken? Speicher hier. Nehmen wir die. Und schau mal hier lang. Vielleicht ist nämlich hier nochmal Tbeium. Dann müsste ich das nur verteidigen. Ich glaube, irgendwie der Gegner hat keins. Setze ich. Ja, komm, auf Verdacht setze ich mal hin. Ah, okay. Ja, nicht rein rein. Ich frage es jetzt, ob da auch noch irgendwie Gegner kommen. Und dann geht es hier dann vorbei. Ja, ne? Das sieht aber schon nach ein bisschen Tbeium aus. Nicht so viel, aber ein bisschen. Okay. Dann werde ich hier nochmal das hier bauen. Ist halt die Frage, ob der Feind sich auch reproduziert. Ja. Instruktion complete. Okay. Oh, der hat mein Zwischenspeicher nicht gespeichert, geil. Sehr gut. Überleg fast, den hier mit hinzusetzen. Brauche ich jetzt noch was für die Power? Ich guck mal. Oder ich baue doch Bohnentruppen. Oh, der müsste ich gut timen. Wo stehen die Preise nochmal? Mal sehen, wie schnell er da jetzt baut mit Low Power. Es könnte tatsächlich ausreichen. Okay, 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 okay. Jetzt nichts zu dämlich anstellen. Instruktion complete. Finden wir mal nicht so einfach, tatsächlich. Ich würde dich halt so super gerne hier irgendwie hinstellen. Das geht nicht. Warte, da ist ein Dase. Ja, okay. Bleib da halt stehen. Warte mal, weil der kann doch auch... Wo kommen die Feinde eigentlich her? Besser nicht, ob dafür die Zeit bleibt. Okay, okay, okay. Das war ein Fehler mit dem Ding. Handnotts. Wir können natürlich ganz viele Ingenieurs bauen. Sag mal, ihr habt aber jetzt doch keine... Weiß nicht, ob die immer noch zu nahe stehen. Könnt natürlich jetzt gleich nochmal so ein Ding bauen. Aber ich werde hier erstmal verschiedenes bauen. Die kommen nicht von da, die laufen, glaube ich, nur hier unten einmal lang. Okay. Stellen wir sich automatisch, optimal hin, ich glaube, fast schon. Das kann aber auch nicht sein, dass du da... Die sind doch nicht zehnmal stärker als ich. Warum ging... Warum habe ich das nie geschafft? Was ist denn das für eine Ferne ist da? Ich baue jetzt das Ding und mache mit einem Erntesucher die Viecher kaputt. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich speichern, glaube ich, hier? Ansonsten müsste ich den Anfang wahrscheinlich besser gestalten. Okay, der ist nämlich voll und jetzt müssen wir an die Leute kommen. Machen Sie einen Platz, bitte. Low Power sollte, glaube ich, erst mal nicht stören, okay. So, jetzt ist halt die Frage. Kannst du euch nicht beantworten? Hat der Bock anzugreifen? Glaube nicht, ne? Nee. Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Okay, wenn der keine Lust hat, anzugreifen, ist schwierig. Hm. Ja. So, ah, die kommen wirklich von der... Na gut, dann... Ja, aber... Dann kann ich hier vielleicht irgendwie jemanden hinstellen. Jetzt sind wir auch wieder lustig am Beschützen. Mhm. Okay. Wie ist da noch einer, oder was? Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich hätte so gerne Türme... Achso, ich habe ja keinen Not-Turm. Okay. Kommst du hier ran, oder? Ja. Du musst hier ran. Okay, das ist jetzt ein Beschissner-Kam. Kannst du ihn jetzt angreifen? Nee, ne? Ja, keine Kohle gerade. Mal sehen, ob das auch aufgeht. Weiß auch nicht, ob das sinnvoll war, ey. Das hier sollte ich mal... Ich habe es noch nie ausprobiert. Könnte vielleicht sinnvoll sein. Oder ich baue mich selbst ein. Eins von beiden. Low Power. Low Power ist mir dann sowas von Banane. Wie können die denn... Gut, vielleicht waren es die Einzigen, die irgendwie hier unten noch waren. Nee, warte mal, ihr könnt von hier kommen. Mhm. Gut zu wissen. Hat Nots oder das Ding? Würde ich halt schnell damit fahren, ne? Ja, den. Mal sehen, vielleicht kriege ich den hin. Vielleicht kriege ich den hin. Achso, äh, reparieren wir hier auch weiter. Ein bisschen anders, so ein bisschen. Ja, ist mir jetzt egal, wenn es kostet, aber... Gerade das Ding ist halt wichtig. Oh ja, okay, da kann was. Ah, okay, jetzt haben wir wieder genügend Power. Es hat die Frage, war es einer von den zwei Panzern hier? Na, da läuft der Erntesucher, das gefällt mir so null. Ja, gut, der Erntesucher und farmt da schneller. Okay, cool. Ja, das war, glaube ich, dann das, ne? So, wo ist der Erntesucher? Das ist meine letzte Hoffnung. Ich würde das super gerne mal ausprobieren. Ist das ein Ding oder was? Ja, rennt davor, ihr seid... ...ziemlich gefühlt. Okay. Interessant. 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 So. So. Ähm, wenn ich nur die Feuertypen schicke... ...mal sehen, wie weit wir kommen. Kam ja eigentlich der Feind. Kam ja spät, ne? Ich muss ja, glaube ich, aufpassen. Ihr seid so eine Vollidioten. Vor allem habe ich nichts mehr angreifen geduldet. Right away, Sir. Right away, Sir. Moving out. Moving out. Warte mal, der Panzer kann doch aber drauf... ...auf die... ...Wade mal. Yes, Sir. Moving out. Kannst du auf den Zaun schießen? Moving out. Wir haben ja hier einen Zaun gesehen. Weiß halt auch nicht, was du gerade triffst, aber gut. Yes, Sir. Unit reporting. Affirmative. Affirmative. Vielleicht sollte ich euch hier mal so ein bisschen breiter machen. Ah, ein Panzer ist drüber gefahren, lustig. Über alle. Das war aber das. Okay. Okay. Ah, er fährt hier rum. Er soll auch hier lang. Ach so, ja, hier. Er kriegt es einfach verdammt nochmal nicht hin. Fahr doch... Ja. Okay, ist aber interessant, dass das hier klappt. Ja, ne. Ich weiß ja nicht, ob ich den Speicherpunkt aufgeben soll. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Unglaublich. Kann natürlich auch wieder die Feuerteufel da stehen. Oder ich verfeuer die gleich. Das wäre natürlich auch eine gute Idee. Bei ihr bringt eh nix. Hm, ihr bringt erstmal auch nix. Es ist ja nicht so, dass ihr nix bringt, ne. Aber... Kreis. Vier Eck. Speichererzähl ist mir, Banane. Oben muss ich das irgendwie verteidigt bekommen. Vielleicht sollten die nicht angreifen. Das wäre vielleicht besser. Weil dann das vielleicht der Feind ein bisschen überrascht hat. Wer weiß. Ich weiß noch nicht, wie ich triggere, dass oben meine Base ersichtlich wird. Aha, bleibt einfach hier. Bleibt einfach hier. Dankeschön. Hast du Bock auf den zu schießen? Nein. Dann schieß doch mal auf den, ne. Ja doch, schieß mal mit auf den. Ähm, kannst du auf den schießen? Geht das? Nein, kannst du nicht. So, er hat ja auch gar keinen Bock da noch zu schießen. Okay. Ach, Leute. Komm. Geht hier drauf. Okay, dann geht auch hier drauf. Das ist aber auch nicht. Ja, komm, bleibt einfach nur stehen. Das ist halt hier schon wieder zu spät, ne. Weil der eine nimmt jetzt wieder alle raus. Tja, da hast du Pech gehabt. Ich würde das hinten jetzt erstmal noch nicht reparieren. Und das sollte der eine hat. Doch, haben wir alle Bock drauf. Hilf mir, Leute, du einfach dafür brauchst. Das ist einfach mal ein Traum. Was? Ein Panzer, eigentlich? Oh, okay. Er war frei, oder? Okay. Okay. Ähm. Danke schön. Könnte ganz gut sein. Ich speichere immer. Das gefällt mir irgendwie. Auch wenn das unten wieder so ein bisschen umbruch war. Aber, naja. Gutes hier ist jetzt erstmal offen. Was ich jetzt mal ausprobieren wollen würde. Wie weit kann ich hier... Kann ich hier den angreifen, oder was? Ah, okay, okay. Der greift jetzt das an. Kann der jetzt den angreifen? Kann er irgendwie nicht. Okay. 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 Was ich mache... Ich könnte die halt losschicken. Zum Einnehmen hier. Ist das gut, oder ist das schlecht? Ja. Hm, okay. Interessant. Okay. Weil hier könnte er die Ingenieure durch. Kommt die auch hier an? Oh, okay. Guck mal. Kann aber sein, wenn der mich jetzt verfolgt... Ah. Dass ich hin sollte. Und die verteile ich einfach mal. Oh, was? Hä? Wollten die oben lang, oder was? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Was? Sinus? Nee, wir brauchen keine Sinus. Ähm... Wir nehmen den. Weil... Na, dann muss ich zumindest das hier mal mit reparieren. Der schreie einfach. Tja, da haben wir Pech gehabt jetzt tatsächlich. Da haben wir Pech gehabt. Starte ich denn so bescheuert, oder was? Ich müsste unten einnehmen. Wenn ich unten nicht einnehme, ist Pech. Nee, nee, andersrum. Andersrum. Okay, okay, okay. Ich verstehe jetzt. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Verstehe ich. Ich verstehe. Okay. Ja, wir sehen uns in drei Tagen wieder. Ich muss die anderen Einheiten mit... Wir sehen uns in drei Tagen wieder. Wenn's gefallen hat, super gerne. Daumen nach oben. Ich hab'n Plan. Ich hab'n Plan. Wir kriegen das alles hin. Bis dahin. Ciao sieht's Ihnen upon everybody. Ciao! Ciao! Vielen Dank.